Mein Name ist Kai, ich studiere Master Technische Physik an der TU Ilmenau. Wichtig ist auf jeden Fall Leidenschaft bzw. Interesse für die Physik selbst und ein bisschen logisches Denken, Mathematik, weil man sich auch oftmals vor allem durch die theoretischen Sachen durchfuchsen muss. Eine wichtige Eigenschaft für einen Physiker ist, dass man nicht sagen soll, okay, das ist jetzt so, weil es so ist und das akzeptiert man. Als Physiker hakt man nochmal nach und wenn man herausgefunden hat, warum das so ist, warum verhält sich das darauf folgend dann wieder so. Die Studienbedingungen sind, finde ich, sehr gut im Generellen. Man hat auch sehr viele Möglichkeiten, einfach das zu machen, worauf man Lust hat. Also der Bachelor breitet einen ja vor, aber im Master geht man ja schon in die Richtung, ich spezialisiere mich, das will ich später auch wirklich in der Physik machen. Und danach hat man eigentlich sehr viele Optionen offen, wo man überhaupt hingehen will. Also vor allem hier in Ilmenau selber macht man sehr viel Festkörperphysik und Festkörpertheorie. Direkte Anwendung und Überprüfung der Theorie, ob die so stimmt und sowas kann man hier durchaus machen. Die Physikern, die sind alle immer sehr begeistert dabei. Die sind auch alle immer so ein bisschen Spielkinder. Die denken manchmal auch ein bisschen outside of the box. Physik ist auch schon so eine halbe Philosophie. Sachen, die jetzt nicht felsenfest belegt sind, sondern nur hauptsächlich noch Theorien sind. Da kann jeder eine andere Meinung haben, dann ist man da auch immer sehr diskussionsfreudig. Mein Lieblingslernort ist eigentlich sogar der Raum hier, in dem wir uns gerade befinden. Hier hat man die Chance, sehr ruhig mit einfach Kopfhörer aufzusetzen und für sich alleine zu arbeiten, aber oftmals findet man seine Kommilitonen auch hier und kann dann zusammenarbeiten. Ein Highlight meines Studiums würde ich sagen, da hatten wir alle zusammen die Photovoltaik-Prüfung gerade abgelegt und ein paar hatten einfach nur einen Kasten mitgenommen. Am Ende sind wir eigentlich fast alle zusammen den Berg hochgegangen, haben nochmal so irgendwie das Semester zusammen ausklinken lassen. So finde ich ein sehr schöner Tag. Physik ist eigentlich fast schon wie das Universum selbst. Wenn man mal ein neues Licht ins Dunkel gebracht hat, hat man darum auch wieder sehr viel Dunkel, was man dann auch wieder entdecken kann. Mein Studium an technischer Physik in drei Worten ist Leidenschaft, Kopfzerbrechen und Zusammenhalt.